Die Stanzen zum Schluss ein Stück Fabak aus und kleben das oben auf dem Kopf ab. Oh, der macht das anders. Ich stanze gleich mal zu. Die Stanzen zum Schluss. Die Stanzen zum Schluss. Oh, da liegen sie doch schon in die Kinder. Ja, fix und fertig. Weil. Das ist die Davidoff, wenn es die Jochel-Zigar ist. Welche? Die Linie, die wir hier holen. Das ist die Robusto? Das Robusto-Format, das ist das Jochel-Format. Wenn es die Jochel-Format ist, dann probieren wir mal an. Ja, jetzt guck mich mal an, wenn du es verpasst, oder? Ja, der Hut. Das müssen wir ja irgendwo herkriegen. Fantastisch. Ja, gerne. Bitte. Bitte. Danke. Danke.